Musik 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 Ada ist so auf der EP der Song, der irgendwie alles abdeckt, was wir sind, was wir machen. Der hat irgendwie Old-School-Elemente, Death-Metal-Old-School-Death-Metal-Elemente im C-Teil. Der hat viele Breakdown-mäßige Parts, der hat einen melodischen Refrain, der hat sogar gerappten Pre-Chorus, was auch ganz cool ist. Ada, worum geht's denn? Ada geht um Trauerbewältigung. Ayus, was ist der Song für dich? Das Riff, das Main-Riff ging durch viele Änderungen tatsächlich. Oh, ja stimmt, das war mein Riff. Du hast uns die Scheiße eingebockt, das Strophen-Riff. Ich weiß noch, es war zwischen Tobi und mir war es sehr angespannt eine Zeit lang, wegen diesem Kack-Part. Oh mein Gott. Und es war dieser Part, und der war auch gitarrenmäßig, also eigentlich hat jeder gelitten unter diesem Part. Danke, Ayus. Sehr gerne. Was heißt Ada? Anger, Denial, Acceptance. Du hast nicht dich nun überhaupt gerät, du ist genauer. Du hast hä nehmen, denn du hast das sauber bevor. Du schritt ran.